New Balance verspricht auch beim neuen Fresh Foam Zante ein außergewöhnliches Laufgefühl. Möglich macht dies die innovative Fresh Foam Zwischensohlentechnologie. Die Wabenstruktur der Zwischen- und Außensohle findet sich auch im Obermaterial wieder. Das nahtfreie Mesh trägt sich sehr angenehm und bietet ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement. Herzstück des Zante ist seine Fresh Foam Zwischensohle. Nach innen gewölbte Waben bieten viel Dämpfung, während nach außen gewölbte Waben für die Stabilität zuständig sind. In der Außensohle bieten große Elemente Stabilität und Haltbarkeit und die kleineren Elemente mehr Flexibilität. Der gesamte Aufbau der Zwischen- und Außensohle wurde dem natürlichen Bewegungsablauf nachempfunden. Der New Balance Zante bietet dir dank Fresh Foam auch bei schnelleren Einheiten ein komfortables Laufgefühl. Du bist Neutralläufer und möchtest mal ein neuartiges Laufgefühl erleben? Dann hol dir den New Balance Fresh Foam Zante in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com Und nur das ist Du bist Neue Du bist Neue Du bist Neue Untertitelung des ZDF, 2020